Volkswagen Art4All bedeutet nicht nur freien Eintritt, sondern es ist immer mit einem ganzen Begleitprogramm versehen. Beispielsweise Kreativ-Workshops für Kinder und Jugendliche, Führungen durch die Ausstellungen, aber auch darüber hinaus Konzerte, Lesungen, sodass wir also insgesamt einen spannenden und tollen Abend anbieten können. Das finde ich auch super, dass das Programm einfach noch ein bisschen weiter gestrickt ist, wenn man dann noch mal einen weiteren Einblick bekommt und dann ist das auch so eine Tagesreise, dann mal lohnenswert anzustreben. Ich komme jetzt sehr gern hier und ich möchte das auch in Zukunft wahrnehmen, immer am letzten Mittwoch, weil ich Kunst sehr genieße.